Heuermäuse! Diese Woche geht's hier um Bands, die zwar nicht mehr existieren, aber trotz dessen, meiner Meinung nach, etwas Aufmerksamkeit verdienen. Den Anfang machen die 1997 gegründeten Immers Danes mit ihrer Platte Unfowled. Der Vierer, die er aus der Nachbarschaft, hat zu seiner Zeit zwei Alben und ein EP hervorgebracht. Brutalo Bretter Dev, sowie einiges an technischem Frickel-Frackel, standen hier auf dem Plan. Unfowled Bretter mit zwölf Songs knappe 40 Minuten aus den Boxen. Einige echt fiese Knüppler wie Universe 25, Humane Killing oder State of Conversion treiben sich hier herum. Meine Anspielte? Fall Apart. Die Platte wurde 2003 jetzt einproduktionsöffentlich und stellt das letzte Werk der Band dar. Ja, das ist schon eine Weile her. Trotz des angestaubten Alters der Scheibe überzeugt sie heutzutage immer noch durch ihre Brutalität. Okay, das war's für heute meine kleinen Küsser. Wir sehen uns übermorgen und bis dahin Adios!